Okay, das ist jetzt natürlich äußerst lustig. Ich kann den Besen so in die Hand nehmen, das passt schon. Ähm, die Idee ist abstrus, aber dennoch möglich. Auf den Versuch kommt's an. Ob das geht? So weit, so gut. Das hat ja erstaunlicherweise funktioniert. Jetzt hoffe ich nur, dass das auch geht. Ähm, vielleicht funktioniert's ja eher so. Kann ich das drehen? Probieren, probieren, probieren. All das geht über studieren. Oh, das ist natürlich mir misslungen. Nochmal von vorn. Hallo, Drey, du kommst mit mir mit. Auf die andere Seite. Hoch, 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 hoch. Meine Güte, was für eine Arbeit. Und sie steckt in diesem Spiel, die Arbeit. Nein! Nein! So war das nicht geplant. So, so weit, so gut. So, das lass ich jetzt mal so stehen. Stattdessen mach ich es anders jetzt. Gucken. Na komm. Probieren, probieren. Ah, ein kleines bisschen noch. Aber die Idee ist gut. So, nochmal. Will er nicht. Will er immer noch nicht. Vielleicht muss ich das ein bisschen verschieben. Gucken wir noch mal. Diese Richtung. Nu, nicht runterfallen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So nicht. Aber vielleicht so? Wirst du jetzt mal wohl? Na gut, na gut. Dann vielleicht so? Jetzt steigt das Ding schon hoch. Ja, ich bin drin. Denke ich. Nach dem Ladebildschirm weiß ich mehr. War das jetzt gut? Nun habe ich keine Möglichkeit mehr, meinen Weg fortzusetzen. Was auch immer sich diesen Tunnel... Das sieht doch mehr... Mein Gott. Nichts legt Eier in dieser Größenordnung. Die wirken, als ob sie überzogen werden. Welche Art von Amphibien oder Insekten mag wohl die hervorgebracht haben? Die bewegen sich ja. Oh Gott. Oh fuck. 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 Was ist das? Jikes. Nein. Spinnen. Nein. Aua. 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 Spinnen. Oh nee. Ich bin zu langsam, um zu blockieren. Oh fuck. Oh fuck. Warum können wir keine Spinnen fressen, so wie der andere? Bin ich hier schon durchgelaufen? Ich weiß es nicht. Aua. Oh. Herrlich. Au. Nein. Lass mich. Ich bin tot. Nichts ist gewisser als der Tod. Spiel fortsetzen. Ich stepp. Meide diesen Weg. Ja, ja. Bin ich jetzt den Weg gekommen? Oh. Das funktioniert so nicht. Was mit diesem Weg hier? Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Spinni. 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 Ich hab dich nicht lieb. Spinni. Das Ölbrett in meinen Augen. Hey, moin' mal kurz. War der Weg hier vorhin schon frei? Jetzt dürftest du der feuchten Höhle vergangener Gespräche sein. Über dir befindet sich ein Tunnel zu zukünftigen Zeiten. Dort solltest du nicht neugierig, sondern vorsichtig sein. Jaix. Über die Katze habe ich schon gesprochen. Und mich zu wiederholen erscheint mir sinn- und zwecklos. Diese Tunnel sind von Spinnen bewohnt, die menschliche Flüssigkeiten aussaugen. Ja, ja. Uhu. Nein, Spinne tötet mich fast. Komm schon. Nein. Ich bin doch so dicht am Ziel. Ich will... Oh. Wie fies ist das denn? Oh gut. Ich fange wenigstens wieder hier an. Nehmen wir das Ding hier mit. Und weg, 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 weg. Oh fuck. Jetzt rollt mir auch noch von hinten ein Stein entge... Ich hätte mich nicht umdrehen sollen. Jetzt ist mir von hinten auch... Es ist doch nicht zu fassen. Also gut. Aber ohne Stein komme ich wahrscheinlich nicht rüber. Komm. Lauf schneller. Lauf schneller. Lauf. Lauf, 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 lauf. Und dann einfach irgendwie nach rechts oder links. Uhu. Ähm. Weg hier. Einfach weg hier. Was mein Spitzchen... Bin ich ein toter Mann. Okay, Spitzhacke. Ja. Oh. Die Musik geht wieder dramatisch ab. Nein. Hört auf, ihr Spinnenviecher. Au. Wie fies ist das denn? Ich mein, was ich noch ausprobieren könnte. Ja. Ja. Weiter, weiter, weiter. Oh nein, 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 nein. Nicht doch. Nicht doch. Uh. Ladebildschirm. Ja. Ladebildschirm. Hau. Ende des Dramas. Jetzt bin ich... Bin ich jetzt... In diesem Raum müsste in dem weißen Kästchen mit rotem Kreuz Insektenschutzmittel sein. Nur für den Fall, dass die Spinnen an deinem Fleisch Geschmack fanden. Woher ich weiß, dass du Blut verlierst? Weil Red dich hereingelegt hat. Der Tunnel mit den Spinnen war kein notwendiges Übel, sondern vielmehr eine verdiente Strafe. Du hast geglaubt, mein Verstand sei durch die Zeit zerrüttet und diese Achtbeiner waren die ausgleichende Gerechtigkeit. Nach dieser Feuertaufe werden wir jetzt hoffentlich gute Freunde. Hol jetzt den Schlüssel und die treibende Flüssigkeit und suche einen Weg zum Bergwerksungeheuer. Ah, das habe ich mir notiert. Was hast du dir notiert? Red hat einen Schlüssel vom... Und vom Saft gesprochen. Hm. Jetzt sind wir ja schon hier drin. Was ist das für eine Tür? Irgendwider blockiert, bla bla bla, keine Ahnung. Was ist mit dieser Tür? Die ist offen. Erstmal kurz die Regale hier durchchecken. Was ist das denn? Die Abdeckung eines Belüftungsschachts. Hm. Aus der Tech-Demo weiß ich noch, dass man auch durch Schächte klettern musste. Oh gut. Hier ist was. Und sonst ist hier nichts. Leuchtsignale. Ich meine, ich brauche die sowieso so gut wie nie. Aber ich habe... Bin froh, wenn ich sie habe. Hier drüben geht es noch weiter. Wieder ein Belüftungsschacht. Grüner Kasten. Ja, wie jetzt? Da hinten ist tatsächlich was. Laut Reds großer Schlüssel. Zeig mal den Schlüssel her. Dörrfleisch, Balerien und nochmal ein Leuchtsignal. So. Ein großer Schlüssel haben wir jetzt. Hier ist auch wieder so ein Ding. Ich würde mich gerne interessieren. Nein. Geht nicht. Geht nicht. Ein großer Schlüssel. Könnte es sein, dass der Schlüssel dafür ist? Um Himmels Willen. Was habe ich mir dabei gedacht? Hö, 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 hö. Moment mal kurz. Habe ich noch Notizen? Red hat vom Schlüssel und vom Saft gesprochen. Ja, ist okay. Nicht wirklich hilfreich. Nur meine einzige Vermutung lässt mich hier... Na? Na also. So, mal gucken, wo mich das hinführt. Bin ich jetzt wieder in diesem sogenannten Dingsbums vor dem Storage? Oh ja. Ja, das ist es. Ich muss mich aber hier noch anschauen. Ist da unten was? Da ist tatsächlich irgendwie was. Aber was? Kann ich die Tür hier auch aufbrechen? Hölle, das ging. Eine Palette. Wo bin ich jetzt hier? Oh, ich hoffe, dass der Dampf mich nicht... Ich verstehe es nicht. Wie lange mag das Gas hier wohl schon austreten? Oh, das ist kein Gas? Oh, verdammt. Oh, okay. Tödlich. Tödlich. Das ist tödlich für mich. Aber da wollte ich doch gar nicht hin. Hier, hau mal wieder die Tür kaputt. So, wunderbar. Ähm, würde mich gerade mal interessieren. Ähm, würde mich gerade mal interessieren.